Hallo Leute, willkommen zu einem ganz kurzen Infovideo. Ab dem Moment, wo dieses Video online ist, bin ich im Teamspeak. Die IP steht unter dem vorherigen Infovideo. Und der Livestream wird inzwischen schon mal ein Bild oder sowas senden. Also könnt ihr da auch schon mal vorbeischauen. Beziehungsweise, wenn ihr dieses Video sehen werdet, wird der Livestream höchstwahrscheinlich schon laufen. Also schaut einfach mal vorbei. Link ist in der Beschreibung. Also bis dahin. Ciao Leute.